Na, bereit für den Gedankenschubs für die nächste Woche? Okay, lass uns doch wieder Tarotkarten ziehen. Schaut her, heute habe ich Karten dabei, die zeigen Motive aus der griechischen Mythologie. Aber egal welche Motive, wir wollen jetzt für uns die Nachricht für die nächste Woche finden. Achtung, ich mische und ziehe für uns gemeinsam die Wochenkarte. Ja, hier haben wir The Hangman. Das ist natürlich keine so ganz brickelnde Karte, die heißt Der Gehengte. Der Gehengte bedeutet, irgendwas stagniert und zwar ziemlich. Also ihr braucht diese Woche nicht damit rechnen, dass irgendein Thema, was euch sehr berührt und was schon länger irgendwo festgezogen ist, dass sich das schnell bewegen wird. Da hilft nur eins, Geduld, Geduld, Geduld. Der Gehengte hat eine gute Seite natürlich auch und die bedeutet, solange wir im Gehengten sind, können wir uns überlegen, welche Strategie wir jetzt neu anwenden könnten. Eine alte Strategie funktioniert nicht mehr und wir brauchen praktisch eine Idee, wie können wir unser Problem anders lösen. Dazu ist der Gehengte da. Also diese Woche nachdenken über euer Gehengten-Thema. Ich hoffe für euch, ihr findet Lösungen und falls nicht, ruft ihr mich einfach an. Bis bald!